Ladies and gentlemen, hier IS, willkommen zu einem neuen Video von mir, Sino, mit dem Marin und der Alice. Hallo. Ähm, ich muss sagen, du hast leichte Orangenhaut, wenn ich mir das von hier hinten so angetreif. Oh, oh Gott. Das hast du jetzt gewonnen. Nein, ich krieg hier noch, ich krieg hier noch. Oh, 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 ich hab unseren Tod grad so gesehen. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Oh, ich hab, oh nein, oh nein. Geh weg. Ja, seitz ihr dann wahnsinnig. Ähm, wir müssen uns echt mal um, ja, ist es schon wieder soweit, ja, dann müssen wir uns leider verabschieden von dir, Alice, ne, also. Achso, du meinst im, okay, nee. Oh, also, ich bitte dich. Oh, wir müssen jetzt dringend was essen. Was essen. Ja, und, äh, ja, dann mach mal das Feuer hier, du hast ja gerade die Feuerkraft. Wieso, wieso ich die Feuerkraft? Was brauch ich eigentlich für so ein Feuer hier? Du hast doch Holz gefällt. Crafting, Crafting, äh. Campfire. Ja, ja, so. Dann kann er. Ich hab' ein paar Bilder, ähm, paar Pfeile. So, ich habe einen in Campfeuer. Oh, ein paar Pfeile. Ähm, hat jemand irgendwas zum Anmachen? Ja. Ich hab' die besten Versprüche. Hey, Alice, lass mal ein Brot kaufen gehen. Wir, wir brauchen so'n, so'n, ähm, ja, ein Feuerzeug oder dieses andere Ding hier, diesen komischen, wie heißt das? Ne Flair? Nee. Gebt das auch nicht? Nein. Ja, ist gut, dass, dass ich hier ein Feuer gemacht hab. Ähm, ich glaub' ne, ich hab' auch kein Feuerzeug. Wie craftet man dieses andere Teil? Du kannst diesen, ah, wie heißt das? Ist das Feuer, Bau, irgendwas, ne, irgendwas komisches. Ich, ich weiß, was du meinst, ja. Das können wir auf jeden Fall, aber ich weiß, ich hab' das Rezept nicht mehr im Kopf. Das war auch gar nicht so schwer zu machen. Ähm. Weil sonst kriegen wir das Feuer hier nicht an. Oder hab' ich zufällig ein Feuerzeug bei? Nein, ich hab' ganz viel Essen dabei. Äh. Ja, überleg. Weil es ist ehrlich gesagt auch nicht mehr. Ähm, ich würd' sagen, da müssen wir auf jeden Fall zurück in die Stadt, ne, weil, äh, meine Vorräte neigen sich auf jeden Fall dem Ende. Ich mein, wir können jetzt momentan erstmal Blackberries fressen, um ein bisschen wieder hochzukommen, ne, aber... Äh, aber Moment, hier steht beinah Flair, if near a campfire, it will ignit it. Okay, dann, dann... Dann probier mal aus. Iiiiihihi. Wie spricht man das aus? Ich bin so schlecht in Englisch, das ist echt... Nein. Dann versuch mal irgendwie... Komm, mach uns ein Feuer. Wie kann ich die... Mach ein Feuer! Rechtsklick drauf. Mach uns ein Feuer! Oh, geil! Oh, uh, heiß, 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 heiß. So, ich pack mal jetzt, äh, alles, ich pack mal alles Fleisch jetzt, was ich hab, pack ich rauf. Das kann dann gleich gebraten werden, ne? Das, das ist für die Beatmung. Das ist Geox, Geox, die Hose, die atmet. Ich dachte, das wär das Feuer gewesen jetzt. Was passiert, wenn ich da ne Granate rauflege? Dann, dann, dann haben wir alle... Ich wills ziehen. Kann ich das Wasser eigentlich auch abkochen? Ich glaub, das geht da drin gar nicht, ne? Äh, water, doch, doch. Ne, ich glaub, das ging nur im, äh... Ne, das geht. Ach, sag, stimmt. Wenn ich dir sage, dass das geht, dann geht das. Wo ist mein Wasser jetzt? Ach so. Da kommt ein Zombie. Ne. Ja, ich steh hier noch. Wunderbar. Hau ab! Hau ab! Hau ab! Ich adoptiere keine Zombies. Ja, Floch. So, ihr könnt was essen. Was war das? Essen, 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 essen. Ich verherrsche übrigens den, äh, indonesischen, äh, Liebestanz, ne, hier. Den mach ich auch jeden Morgen auf Toilette, ja. Fette. So, ich nehm mir mal zwei Bär mit. Ach, ach, du nimmst die zwei Bären. Ich hab zwei Bären, ja. Ich bin ja auch kein großer Mann. Ist ja schön, dass du die Bären hast. Wie groß bist du eigentlich, lieber Alice? Ich bin 1,75. Ganz ordentlich für ne Frau, ne? Also... Ja. Kannst mein Bruder in die Augen gucken, ne? Ja, ich bin gleich, hallo? 1,82, ja? Ja, ist doch alles das gleiche. Alles unter 1,85 ist klein. Ja, mit, mit hohen Schuhen geht das. Das geht alles. Pa. Äh, ich bin übrigens mal den Berg hier raufgelaufen gerade, quasi. Der Bärs. Bärs, ja, weil hier sind's nur Blackberries. Ich hab jetzt hier das ganze Fleisch rausgenommen. Ist, äh, ich leg dir hier was hin, oder? Oh, ist doch schön, dass du mir was hinlegst. Ich leg dir was hin und Fleisch. Den Bären hat sie nur sich gekreilt, ist doch schön. Jetzt kackt sie dir da hin. Ja, ich hab's schon gemerkt. Ich leg dir da was hin. Zack, gut verdaut. Auf jeden Fall. Hahaha, was darfst du ekelhaft? Ihr seid ekelhaft, der was? Wo bist du denn jetzt? Wo seid ihr? Äh, ich bin hier. Ich seh' ihn. Hallo. Ich bin noch mal in den Wald. Oh, ich bin über dich rübergesprungen, ne? Du läufst in die falsche Richtung. Wad ihn. Oh nein, Zombie. Ach, da oben. Von da, wo der Fall kommt. Klar, das wär das jetzt ein Headshot gewesen. Oh, sie schießt, sie schießt. Ja, hat dich aber nicht getroffen. Hahaha. Oh, Alter. Ja, die sind synchron umgefallen. Der Pfeil, ich hab meinen Tod gesehen. Zweimal. Ach, wo? Ähm, ich würde sagen, wir gehen dann einfach weiter hier lang, ne? Da oben ist der Hirsch. Ja, eigentlich müssen wir uns das Fleisch alles holen, aber... Äh, das ist... Also, ich hab zwei im Inventar. Wie viel hast denn du da reingepackt? Mehr genug. Na, ich hab auch noch was jetzt. Yes. Oh, da wurde wieder einer gebannt, weil er gecheatet hat. Ist auch geil. Wie weit der Pfeil fliegt, krass. Ja, siehst du, da oben immer die Meldung. Oh, geil. Hier werden wenigstens Cheater gebannt. Ja, wer weiß, ob das nicht so eine... Random-Meldung ist. Keine Ahnung, damit die denken, dass hier was getan wird. Ich habe Hirsch gekillt. Kommt mal einer zur Straße, bitte. Unterwegs. 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 So. Oh, ja. Hallo. Wieso ist meine Hydration schon wieder... Martin. Was? Bin ich hier der Einzige, der eine Axt hat? Hast du da drauf geschissen? Ich habe auch einen. Geh weg. Ja, ich wollte das räuchern, das denke ich. Ach so. Ich kann noch 17 Pfeile machen. Ich bleibe mal eben hier stehen und mache noch ein paar Pfeile. Oh, ich habe den Bug. Also, ich hatte gerade jetzt... Ich habe den Bug. 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 Aber ich mache trotzdem... oh. Eh. Ich rar. Minecraft. Reicht rar. Ich reing. Das antet schon aus im Tourette, Alter, ey. Ja, du kannst deine Leute beleidigen es so saufr. Goh-oh-oh. Fahr... instruments 신�at. Getting cred. Oh. 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 Wooh. war das knapp wieder ja das war einfach weiter schuss alter und einfach long range sino was ist denn hier los jungen alter wollte ich jetzt aufhalten mit den zombies was geht denn hier ab was geht denn hier ab haben sie die zombie anzahl wieder erhöht also dass wir jetzt in der sie wäre das jetzt Minus 3 FPS da und unser Tod ja da war ich hier rechts den Seiten ja kenne ich kenne ich noch nicht das mal hoch kenne ich kenne die Straße auch nicht schießt neu Hallo Freunde hallo meine Freunde ich bin ich bin euer Tourleiter zu eurer Rechten mal bitte auch so aus der Runde zu stellen zu uns zu eurer Rechten seht ihr oh reißen Hirschen 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 das ist überhaupt ein hässliches Shirt an du Schwuppele äh also das finde ich jetzt unfair er ist er er ist nämlich Sino Gaming ja das ist hier politisch sehr unkorrekt zur Zeit G-Gaming Gaming Gaming G-Gaming ja oh meine Hydration ist auf Null Daryl dann bist du gleich tot du musst Bären essen und du musst das schlucken was ich dir gebe oh da es geht nur ums Überleben ich hoffe das verstehst du Prozent um ich würde mal sagen was auf den Berg gehen oder ich hoffe dass er nicht so viele Zombies sind die Folgen sind ich bin nein du musst du hier denn die Geo Bären pflücken irgendwo doch hier links die nächste Bären los kommt du musst dringend 8 Uhr sie haben wir so ein Oller Wolf hier der Wolf kämpft ja auch gegen Zombies der Hilfters du 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 ne der will dich jetzt attackieren ah oh hier rechts die Bären einfach die Bären pflücken ich hab voll daneben geschossen oh shit ich hab halt auch nicht mehr so viele Pfeile ne das nu oh krass achso ihr könnt die ihr könnt die Zombies mit Q zurück drücken wenn die euch angreifen dann könnt ihr denen so quasi so ne so ne High Five ins Gesicht geben das hilft ab und zu mal da kann man geile Kombos mitmachen wer ist jetzt wo die uns jetzt weg endlich also ich hab hier verdammt viele schon getötet ich komme wenn einer den Rest machen könnte irgendwie mit Bogen oder so ich hab keine Pfeile mehr oh ich bin am Bluten und ich bin müde ich muss schlafen ne oh oh warte ich komm da laufen noch so viele hinterher oh man so ich hab nur noch 37% ich bin gleich tot und du sagst das warte ich komm ey das geht immer bei uns Männer ja also achso so ist das wir sehen uns auf der Gamescom ich mach Pfeile geht weg ich muss erstmal ein First Aid Kit hier noch äh entwickeln glaub ich oder kann ich das direkt machen aber First Aid Kit war doch ne Saline und äh Scraped of Clothes ne glaube ja ja geht nicht mehr ach ne Bandage ne Bandage bräuch ich dafür stimmt Kraft ah so kann ich jetzt Pfeile machen achso der macht die sogar noch beim Schießen geil cool also ich glaube ich habe gerade 15 Zombies oder so gekillt ich muss mir das Spray nochmal angucken das war schon geil ich bin schon ne geile Sau ja ich weiß ne hier geile Sau ja genau geilste Sau kann ich mich auch einfach hier so hinlegen oder muss ich ich find grad mein First Aid Kit nicht weißt das eine? ich glaub du brauchst so ne äh Schlafmatte mindestens Martin müde Martin schlafen ich kann nicht achten ich brauch zwei Bandage glaub ich dafür geh weg so jetzt kann ich raus Martin Martin weg lass mal hier weg gehen ok dann nämlich schon wieder immer mehr hui 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 da oben ist ne Hütte lass uns mal da hin da oben ist ein Haus Zivilisation Zivilisation ah weil ich bin jetzt auch tired Zivilisation ich muss mein First Aid Kit jetzt nehmen Zivilisation was wo ist das Ding jetzt schon wieder ach scheiße meins? achso los lass mal da hoch jetzt oder wat oder wat oh hier unten können wir Wasser auffüllen oh ja geil wenn ich so aber nur einmal scheiß Zombies da wären schon schrecklich mit den Viechers hier schrecklich 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 hüten ey höchstwahrscheinlich höchstwahrscheinlich das könnte passieren ich muss mich verbinden und ich brauch dringend was zu suchen brauchst ne Binde? nein keine Binde eine Färbinde eine Färbinde eine Färbinde das war kindisch Sino danke Binde oh hier ist ne Hütte wir brauchen nur noch ne Tür reinsetzen dann haben wir ein Haus so empty bottles ich hab da mal ne Waddle Bottle reingeparkt Waddle Bottle Waddle Bottle Waddle Bottle so ich muss jetzt wir müssen dringend in das Haus hoch da ähm ja ich hab ein ganz anderes Problem mein Bogen ist kaputt und da oben ist ein Bär Alter was ist denn hier schon wieder los? ich will grad einfach mal nur einen Bogen craften so Brockenwood ich wollt nie wieder diese ollen Bären essen hier wo seid ihr? ich steh hier grad oben drauf und schredder mich hm du musst die da länger drin rüßt dann geh ich da noch mal hin und füll auch weil ne kannst du nicht das dauert ewig bis es wieder nachgefüllt ist da muss Wasser drin sein so wo ist die Hütte? oh Hydration bin ich habe ich jetzt nur 36 Prozent ja das ist echt ein Kampf gerade ne? ja ich muss jetzt erstmal Beeren essen hier ah ich auch ah spring doch da hoch eine halbe Stunde später oh nein! ja ist mir eben auch passiert, bin auch einmal rüber gesprungen also so wirst du nicht die nächste Lehrer ja sie springt an mir vorbei, ganz gemütlich ich bin doch schon die nächste Lehrer oh das war jetzt hochnäsig bist du dein öste Rider, ja? ich bin der ösig Rider ösig Rider ähm wo sind wir jetzt das Haus? das ist oben auf dem Berg warte ich muss mich erstmal hier um mich selbst kümmern Hi! Hi! sieht aus als hätte ich dich im Arm ne? irgendwie so ohhhh kuscheln ja ja lass ach leck mich doch am Arsch so hier leck du mich am Arsch hier hier da oben da wo der Bär ist da müsste man eigentlich hoch da wo der Bär ist? ne ja aber wir rennen dran vorbei also ich hab keine Munition mehr ja da ist einfach hin, alter da sind schon wieder so viele Zombies, ne? das ist ja ja denn, wie gesagt, ins Haus rein und Tür zu machen können die nicht durch Türen durch? ähm ich glaube nicht mehr ich glaube das haben sie gefixt alles gefixt, kein Problem ja so, so fing das an mit ist das Kondom auch sicher? ja nein oh ja, Tivi, er ist Klon da ich hier hausch, da müssen wir rein ein Türchen machen Alice bleibt draußen und hält die Zombies ab ok bin ich voll dafür ich lege mich vor die Tür und hoffe, dass sie über mich drüber fallen oder so du musst, du musst, du musst die Fötus-Haltung annehmen das hilft doch nur bei Bären, nicht bei Zombies ah, du kennst den Film? ja geh zu macht alle Türen zu oh, sie hat sich hier wieder auf nein sind die drin jetzt hier oder was? ich hab keinen Pfeil mehr fuck wow wo kann, wo ging die denn jetzt hin? ich hab den gespürt hier ich hab nur gehört und er war sehr nah ja ich bin sehr, ich bin sehr nah easy auch weil er sehr, sehr nah ich muss mir kurz Bären reinhauen weil ich bin schon wieder nur bei 6% hier Kornseeds wir können jetzt unser eigenes Korn anpflanzen oh, resting oh yeah ach ja, ich muss ja auch, ich muss auch resten ich reste dann mal, ne? ja, ich muss auch oh Nahrung 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 ich bin wieder die Einzige, die hier wach bleibt mhm Ajo, du bist ja auch, ne? habt ihr mal rausgeguckt? ja ich will gar nicht, also aber ganz im Ernst, ne? ich weiß nicht, warum die Leute sich alle so anstellen, denn in der Zombie-Apo-Club ist ja, wenn du nur die Tür zu machen brauchst, ja? Easy ja, schon eigentlich, ne? ähm, wer, ich hab da gehört, dass irgendein Fenster hat da geklirrt das war ich gerade kommen die jetzt auch durch die Fenster, oder was? ne, das war ich gerade wo kam dann der Zombie jetzt her? weiß auch nicht ist der durchgekommen? wo kam der her? ein Zombie ein Zombie? weiß nicht ich soll ja nicht entstehen ja so, ich hab gerestet und irgendwie hört sich das nicht mehr gesund an da draußen nein, absolut nicht ich bin dafür, dass wir die nächsten 25 Folgen einfach hier drinnen aufnehmen ja ja, wir machen so ein kleines Familienleben, so also so in ja, Ellen äh, Ellen Ellen Ellen? Ellen Alice ist unsere Conchita, alter so, 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 ne? Hausmädchen hier wir machen hier 2, 2, äh, 2 and a half Zombie aber dann musste ich jetzt an Conchita-Wurst denken aber dann muss ich jetzt an Conchita-Wurst denken ich weiß auch ich weiß auch Zombie ähm, wie ist der hier rein? ja, die glitschen durch das sind so viele, wa? wir sagen dann, dass wir hier rausgehen da sind noch, da sind noch ein paar mehr Häuser willst du wirklich? willst du wirklich hier rausgehen? komm rein, meine Leute! komm rein! wuuh! 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 die macht die machen es doppelt noch mal die ich kann nicht aufhören damit ihr seid schuld ich habe keinen guten Einfluss auf dich wie sie ausschaut die brauchen wenn auch nur so regentier also wir wir eigentlich sind wir zwei die nettesten ehrlichsten und anständigsten ich habe gerade so heftig gelogen und den Mund mal auswaschen und raus das aber steht ganz um die Augen darf verliebt das steht ein Zombie auf dem Dach da und da haben die um die auf dem Dach da und da haben das steht ein Zombie auf dem Dach da 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 ist noch eine Tür offen was macht ihr denn? schießt doch nicht auf mich die schießen ja alle Hilfe der ist direkt mit ins Schlafzimmer gekommen eine kleine Schlingel eine Windel? eine Windel eine Windel brauche ich auch ich höre hier auf alles voll zu bluten das ist ja ekelhaft dann war es das schon wieder ne meine Freunde nein das ist schon wieder ja 20 Minuten ja komm dann lass komm wir sperren uns hier auf wir bleiben hier im Dings im Schlafzimmer ok du hast ja schon ne Hose an jetzt mittlerweile das ist mein Bett hier ich kann dir auch ausziehen oh warte mal ich hab auch meine Tage sehe ich gerade du blutest ja irgendwie siehst du leicht blute ich auch ich hab dich mit PMS angesteckt was sag sowas nicht ja gut ne in dem Sinne ja die Tropfen kamen verdächtig aus einer Hose Sino bisschen Luft wir schieben jetzt hier noch ne äh ich mein wir beenden jetzt hier die Nummer und ähm das war wie immer euer Sino, eure Alice und der Martin tschüss tschüss